Ich bin Max, auch bekannt als mtbenz140 bei Instagram. Zu Gast bei mir ist Sven von MB Youngtimer Parts & Service. Mein Name ist Sven, immer Max seine W220 S-Klasse. Oh nee, jetzt hoch! Ich bin fest, ich bin fest. Fest gefahren! Komm, komm, komm! Dann geht es jetzt natürlich ins Geh. Wie willst du dich? Stehen bleiben? Im Schlampe? Ja, hab ich gestanden. Ja, hier mussten wir ins Vor- und Zurückarbeiten? Ja. Cool! Also hammermäßig! Ja, was du, ich hab die